So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, da ihr in letzter Zeit wieder gesagt habt, wann kommt denn das nächste GBL-Video, kannst du mal GBL-Video wieder machen, GBL hier, GBL da. Ich habe letztens am 2.5., das ist noch gar nicht so lang her, ein GBL-Hyperliga-Video rausgehauen, der eisernen Drache und ich habe euch natürlich gefragt, was spielt ihr in der Hyperliga, jetzt habe ich da ein paar Kommentare drunter bekommen und... Haben wir noch Kommentare bekommen? Habe ich von Benjamin Engel, das ist ja der Experte schlechthin, meistens, der schon immer eigentlich im Premier Cup spielt mit drei Starter-Variationen und jetzt hat er wieder mal einen netten Kommentar geschrieben, der ist immer sehr ausführlich in seinen Ausführungen. Jetzt möchte ich mal mit dem Team, was der Benjamin vorschlägt, ich nehme nicht mein Team aus Giratina, Labras und Machomai, wo auch Kollege geschrieben hatte, wenn du Machomai schon spielst, dann mach doch bitte Kreuz... Kreuzhieb statt Wuchtschlag ist sinnvoller, das wäre auch auf jeden Fall eine gute Idee oder wenn man Giratina spielt, dann am besten immer gleich Drachenattacken statt Schattenstoß, also ich finde das sehr schön, dass ihr mir da Tipps gebt, dass ihr da Feedback immer da lasst. Jetzt möchte ich aber mal den Premier Cup spielen, den habe ich bisher noch nie gespielt, ich habe noch nie Premier Cup gespielt, egal in welcher Liga, das allererste Mal Premier Cup und habe mir jetzt hier drei Pokémon also zurecht gemacht. Ich habe ihm auch gesagt, weil er meinte, die C-Day-Attacken sind wichtig. Wenn ich hunderte hatte, habe ich die meistens einfach genommen und hochgepusht. Die kommen also nicht rein. Das einzigste, was ich gemacht habe, ist immer das höchste Shiny an dem Tag durchentwickelt. Also wenn ich Pokémon mit C-Day-Attacken habe, die unter 2,5 liegen, können das nur Shiny sein und das seht ihr auch hier. Er hat mir also empfohlen Glurak, Visaflor und Sumpex, die möchte ich jetzt mal zusammen basteln, denn erstmal muss ich alle pushen auf ungefähr 2,5 und er hat mir auch die Attacken dazu geschrieben, Sumpex braucht Lehmschuss, Aquahaubitze, Erdbeben. Es hat zwar jetzt schon Aquahaubitze, wir nehmen mal hier die zweite Ladeattacke dazu, kostet halt wieder ein bisschen Bonbons und so, Aquahaubitze, Erdbeben ist am Start. Wir müssen Aquaknarre noch austauschen mit Sofort-TM, schon wieder 230, 238 Sofort-TM, okay, und pushen das jetzt mal hoch, nah an 2,5. Wir kommen jetzt hier auf 2,483, ihr seht, das sind nicht die besten IV für PvP, nicht die besten PvP-Werte, trotzdem Lehmschuss, Aquahaubitze, Erdbeben ist drin, 2,4,3,8, passt. Visaflor haben wir hier, brauchen wir mit Rankenhieb, Flora-Stadua, Matschbombe, wir haben das jetzt mit Rankenhieb, Flora-Stadua, wir brauchen also noch Matschbombe, also auch neue Ladeattacke beibringen, ist bei den Startern ja eigentlich auch recht günstig, haben auch direkt Matschbombe drauf, Flora-Stadua, Rankenhieb, okay, müssen wir nur noch pushen. Wir kommen nahe 2,5 und kommen auf, auch auf 2,484, ich glaube, der Wert verfolgt mich, keine Ahnung, haben die jetzt die identischen, nee, 83 und 84. Und beim Glorak habe ich sogar gesehen, ich habe 2 Stück, die in Frage kämen, das hier kommt näher an die 2,5 und es ist auch noch ein Glücks-Shiny, das heißt, es ist auch noch günstiger. Wir haben Feuerwirbel, Loa-Kanonade, brauchen aber noch Drachenklaue, also wieder neue Attacke beibringen, hier hat er empfohlen, man kann es dann mit der Cedar-Attacke Feuerodem spielen, aber das hat er mir erklärt, muss ich euch nicht erklären, wir nehmen also Feuerwirbel, Loa-Kanonade und nehmen noch die Drachenklaue mit rein, da brauche ich jetzt aber eine Lade-TM, ey, wir müssen den Feuersturm wegmachen, haben Hitzekoller, okay, nochmal, mach mal weg, Feuersturm, richtig genial, Bomb-Bombs wollen wir nicht umwandeln, theoretisch hätte ich das natürlich schon alles vorbereiten können, ich wollte euch aber daran teilhaben lassen, hier, Feuerwirbel, Loa-Kanonade, Drachenklaue und pushen den auch, nahezu 2,5, der kommt auf, 94, der andere wäre, glaube ich, auf 93 gekommen, der kommt auf 94 und er würde Glurak im Lead spielen, ist auch von dem WP her, hat er die anderen 2 jetzt überholt, jetzt bin ich mal gespannt, was das kann, muss ich das jetzt hier als Team noch erstellen, das habe ich hier überhaupt drin, Superliga, Hyperliga, Hyperliga-Team ist schon wieder weg, keine Ahnung, löscht sich immer, schreiben einfach mal Brem rein, weil das hier hier der Premier Cup ist, also Brem geschrieben, hier schreibt man Brem und dann nehmen wir genau die 3 rein als das Team, können jetzt hier rein, können ein 5er Set spielen, das ist auch, ich bin jetzt Rang 6, glaube ich, Joa, Rang 6, beim letzten Mal Rang 10, Zugang für 5 Runden, wir sind wieder unten angefangen, ich spiele wirklich, eigentlich immer nur, GBL, wenn ich ein Video dazu mache, ansonsten spiele ich eigentlich keins, Hyperliga oder Premier Cup, ich nehme natürlich den Premier Cup, weil wir uns ja die Premier Cup Pokémon erstellt haben, gehen mal rein, sind mal gespannt, was das jetzt kann, das ist das allererste Mal, Premier Cup, ich glaube, so werde ich es auch nennen, GBL, Hyperliga, das allererste Mal, Premier Cup, ne, haben wir noch Premier Cup da, hast du in den letzten gekämpft, nicht, gut, Glurak, und er hat, ich kann mir den meisten Sachen nichts anfangen, also sorry, ich muss es einfach mal auf mich wirken lassen jetzt, ich muss mir da jetzt wieder reindenken, wir haben Drachenklaue, okay, wir machen eigentlich schon mal Gutschaden, das lädt auch schnell auf, der Feuerwirbel habe ich gesehen, ähm, hätte ich jetzt meinen Maromai drin gehabt, das hätte wieder voll auf die Mütze bekommen, zum Glück haben wir keinen Maromai drin, er hat geschildert, wenn er schildert, freue ich mich, denn dann würde ich auch schilden, weil er seine Schilder ja eher verbraucht, aber ich muss noch gar nicht schilden, weil er das durchgehen lässt, was wäre sonst effektiv, nichts, doch was, es hängt, okay, ja, wir sind gleich, ich bin tot, ich bin tot, okay, ich nehme mal Sumpex rein, ich will mal gucken, was Sumpex so für Sachen macht, ich habe keine Ahnung, was das kann, mit was das angreift, Psychoboden, Zauberschein, Fee, okay, der macht bestimmt gleich noch einen, dann habe ich gar nichts mehr, habe ich aber schön hinbekommen, gut, er ist weg, ne, ein Schild hat er noch, wir haben einmal Aquahaubitze am Start, Ampharos, uh, da braucht man natürlich Boden, aber er hat noch ein Schild, vielleicht hätte man doch die Aquahaubitze nehmen sollen, um das Schild rauszulocken, vielleicht schildet er aber auch nicht, er denkt, wir greifen mit, na, er denkt nicht, er macht das schon so, wie es ist, so, er könnte mich natürlich grillen, wir werden also mal ab, ich bin mir mal unsicher, Sumpex ist doch, äh, Bo-, äh, ist doch auch Wasser gleichzeitig, aber irgendwie auch Boden und deswegen hebt sich das auf, wenn wir jetzt aber mit dem Boden durchkommen, bei seinem Elektro, das müsste auf jeden Fall passen, und irgendwie hätte ich gar nicht Schilden brauchen, ich, ich denke mal, ah, das Wasser, der kommt mit Elektro, du bist tot, aber Sumpex ist halt Sumpex, ja, Sumpex ist Sumpex, ey, so einfach ist es, mehr muss man dazu nicht sagen, neuer Videotitel, GBL Hyperliga, Sumpex ist Sumpex, so einfach, so, kämpfen wir jetzt hier ein bisschen, der Leder auf, okay, der kann mich ruhig umbringen, ich habe noch meinen Visafloor drin, also, das erste Match sieht gerade eigentlich ganz vernünftig aus, das ist eher voll, Flora, Stado ist eher voll, und gut, das müsste der Win sein, für mich, Visafloor musste da recht wenig machen, ist einfach rein, hat jetzt abgestaubt, und ich habe gewonnen, mit dem neuen Team, mit dem ich das allererste Mal gekämpft habe, und bisher noch nie gekämpft habe, das Dumme ist, wenn ich jetzt wieder sage, mit welchem Team kämpft ihr, macht mal Vorschläge, und der Nächster kommt und schreibt wieder drei andere Pokémon rein, dann muss ich ja wieder TMs ausgeben, dann muss ich wieder, äh, äh, Staub ausgeben und alles, also, das kann man einmal machen, aber, wenn ich jetzt für jede Folge immer ein neues Team erstelle, ein neues Team bastel, wäre für euch spektakulärer, wäre, äh, interessanter, zum Ansehen vielleicht, aber, für mich, weiß ich nicht, Feuer, Boden, nix, ich müsste vielleicht, glaube ich, jetzt hier mal wechseln, auf, unser, Visafloor, Ja, komm, mit Aquahopizze, ja, ich hätte eigentlich schilden sollen, ich habe jetzt einfach überhaupt gar nicht geschalten, ja, kommen wir halt jetzt mit Visafloor rein, gucken mal, was er macht, Visafloor ist ganz vernünftig, Visafloor, farm den schön runter, lassen wir das mal durch, der hat noch Boden, Boden, Aquahopizze, macht nix, ich habe es verkackt, ich habe es, ganz ehrlich, ich habe es verkackt, aber er wechselt aus, das heißt, wir kommen rein, wir haben jetzt leider nur Boden, aber wir haben jetzt Aquahopizze, er hat seine Schilder auch noch alle natürlich, ach, mein Gott, warum habe ich nicht geschildert am Anfang, wo war ich denn wieder, Aquahopizze, komm weg, und er, Drachen, Feuer, der dürfte mir eigentlich nix anhaben, im Endeffekt nehme ich meine zwei Schilde mit ins Grab, naja, das war okay, jetzt kann man hier ein bisschen dran rumwühlen, ich versuche das auch mitzunehmen jetzt, das abzuschilden und beim nächsten drauf zu hauen, obwohl eigentlich ist egal, ob er jetzt das wegschildert oder danach, er hätte eh geschildert, so schildert er danach halt nochmal, mit was kommt er jetzt rein, ich nehme jetzt einfach Boden, denn er hat sein Visafloor, Wasser wäre da eh Quatsch gewesen, aber er hat ja noch Schilde, er hat Schilde, ich habe Schilde, Erdschilde, alle haben Schilde, er schildert, ich schilde, jeder schildert, ich bin tot, er hat noch zwei, ich habe noch eins, Oh mein Gott, ich habe es versaut, mit dem allerersten, wegen seinen doofen Sumpecs, ja, den nehme ich mit, aber ich habe immer noch ein Schild, lass dich nicht unter Druck setzen, Ramses, mach da mal ein bisschen was, das sieht gut aus, ein Schild, ein Schild, ein gutes Schild, aber dann kommt er ja mit seinem Sumpecs wieder rein, den hat er ja immer noch übrig, ich meine, ich kann hier, ich muss drücken, ich habe Angst, nein, er kämpft nochmal an, wo hat er jetzt den Move her, hat er den versteckt oder was, ja, das war nichts, das ist sehr gut, dass das nichts war, so, bitte, keine Kommentare zu diesem Kampf, da brauchst du auch nicht klatschen, Bruder, das ist, das, dann muss man, man muss nicht immer jedem Respekt geben oder so, wenn ich selbst mir versaut habe, da ist es keine Leistung von dem anderen, dass der da noch gewinnt, ja, hätte ich am Anfang geschildert, und hätte ausgewechselt, äh, da hätte das ganz anders ausgesehen, Akira, acht, acht du, meine Güte, Akira, Relaxo, boah, was weiß ich denn, was mit einem Relaxo nicht richtig ist, ähm, was macht der, Bodyslam, Zeug, Hyperstrahl, Bodyslam, er macht auf jeden Fall Bodyslam, sehr schön, ich weiß leider die Statusänderungen von den ganzen Attacken auch nicht, also, die meisten Attacken bewirken ja auch was, Loa Kanonade macht glaube ich irgendwas, ich habe aber keine Loa Kanonade jetzt, ich habe jetzt einfach das, es wäre sicherlich ratsam zu wechseln, aber auf was, ich weiß es nicht, was ist das Typ normal, es ist einfach Typ normal, Dragoran, Drachenklaue, ja, mach halt, weil mir gerade nichts besseres einfällt, ich habe unten eigentlich schon gedrückt, komm dann, ja, jetzt ist es natürlich nicht, jetzt habe ich eigentlich auf Loa Kanonade gedrückt, aber Loa Kanonade, jetzt hat das Drachenklaue natürlich schon reagiert, statt Loa Kanonade, das heißt, er hat immer noch was, aber bis ich voll bin, bin ich tot, mir fehlt auch ein Schild, Bodenpflanze, Bodenpflanze, ja, was nimmt er als nächstes, das ist halt die Frage, Bodyslam, den müssen wir einmal durchgehen lassen, der wird schon nicht mich gleich mit einem Bodyslam plätten, oder? Ja, und er wechselt auf, Gewaldro, Pflanze gegen Pflanze, oh mein Gott, jetzt hat er einen Pflanzen-Pokémon, ja klar, er hat ja keine, er hat ja keine Legendären, deswegen, also mit Pflanze kommt er bei mir sowieso nicht weit, das ist gut, auch wenn er 100 Mal angreift, hat er eine zweite Attacke, was macht er da? Laubklinge, mach ruhig Laubklinge, mach so viel, Flora Stadu bringt mir jetzt auch nichts, das wissen wir ja schon, aber was passiert denn, wenn ich Matschbomben nehme, ja, Boden zur Pflanze, ah, das ist Gift, Mann bin ich bescheuert, das ist Gift, aber er hat ja noch seine Schilde, also, bringt jetzt auch nicht so viel, aber er kann ruhig noch 20 Mal seine Attacke machen, ich darf nur nicht aus Versehen aufs Schild drücken, die zwei Grünen im Grün, ist Grün zu Grün, wenn ein Gewaltrus grün ist, ey, er betreibt es aber wirklich, er macht halt immer gleich 10 Mal seinen Move, während ich den einmal mache, ja, du kannst aber ein bisschen fair spielen, ja, wie wäre es denn damit, jetzt kommt Dragoran, was war das gerade, Dragoran, oder war das Glurak, jetzt habe ich nicht mal gesehen, was es für ein Pokémon ist, es ist ein, ja doch, es ist Dragoran, hm, Ramses Wechsel am besten, Wechsel, ja, ich bin eh tot, es wechselt von alleine, das ist sehr schön, Boden gegen Flug, ha, ich habe ja auf Boden gedrückt, ich muss das Schild nehmen, sonst bin ich sowieso schon weg, so, was machst du jetzt, du hast eh noch ein Schild, oder nicht, ne, oder nicht, ey, er hat kein Schild mehr, komm jetzt hier, zwei Aquahubitzen, schaffst du, ne, schaffst du nicht, die drei, ich glaube, sein Quickmove haut so rein, der haut mich gleich übelst weg, hätte ich zweimal Aquahubitze gemacht, dann wäre das auch wieder eine andere Sache, das Erdbeben hat mir alles geklaut, das Erdbeben hat mir alles genommen, hätte ich lieber, äh, Aquahubitze, ich glaube, hätte ich die erste gemacht, bis zur zweiten, wäre vielleicht eine dritte durchgegangen, als den großen Move zu machen, der ewig gebraucht hat, wie, wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich Premiere Cup spiele, und das erste Mal mit diesem Team, allgemein kenne ich mich sowieso nicht aus, und deswegen, Let's Fetz, Kampf Nummer 4, 4 und 5 haben wir noch, der Gegner wird schwächer, sehr schön, nur Rang 7, da habe ich ja noch Hoffnung, dass ich da irgendwann mal, was reise, äh, Feuer, Boden, Wasser, Pflanze, Wechsel, Flora, Stadu, er hat, glaube ich, Azumarill, jetzt, aber ich kann ja eh nicht wechseln, ne, Akani, Akani, Azumarill, ja, sieht halt alles gleich aus, deswegen, egal, jetzt wäre wahrscheinlich Matschbombe gut gewesen, aber ich dachte, das dauert noch ewig, und ich darauf gehofft habe, der schildert einfach sein Zeug weg, wir haben ja trotzdem ein bisschen Schaden gemacht, ja, bis ich wechseln kann, bin ich, glaube ich, tot, ja, dann nehmen wir jetzt natürlich Sumpex, lassen ihn durch, wir haben ja unsere Schilde auch noch, am Anfang musst du viel zu schnell schalten, ne, dein Gehirn hat Stromstoß, warum, auf Stromstoß zu haben, ich muss schilden, der hat nochmal Stromstoß, oder, jetzt greift er bestimmt mit was ganz anderem an, ah, siehst du, Stromstoß, den hat er eben noch nicht gehabt, ja gut, dann Verteidigung weg, was hat er, eigentlich könnte ich einen Move machen, er macht einen Move, was hat er, Sumpex, und er greift schon wieder an, ich schilde lieber nochmal, weil ich mir schon wieder komplett unsicher bin, es war komplett sinnlos jetzt zu schilden, sehe ich gerade, er hat aber auch noch ein Schild, vielleicht also lieber mit Aquahaubitzen hin und her, fuchteln, bis die Schilder weg sind, denn wenn er jetzt abschildert, habe ich auch nichts gekonnt, aber wieder einen höheren Move rausgegraben, als einen niedrigeren Move, gegnerische Attacke, jetzt sehe ich ja, wie viel das ausmacht, Aquahaubitze, weg, super, ey, du bist der Beste, ich feier dich, Props an meinen Gegner, der einfach meine Unwissenheit schamlos ausnutzt, der einfach meine Unwissenheit schamlos ausnutzt, Aquahubitze, ja genau, das hatten wir vorhin schon mal das Thema, guck doch mal, wie will ich denn damit überhaupt irgendwas machen, aber er hat sein Schild wenigstens nicht mehr, vielleicht kann ich jetzt einmal noch zeigen, zack, dass ich auch ein bisschen Schaden hätte machen können, wenn ich nicht schon tot wäre, gegnerische Attacke, das war's, ich hab gedacht, das erste Match, sehr schön gelaufen, seitdem halt einfach alles verloren, also, Benni, was machst du mit mir, werf mich da nicht rein, Mann, dann sagen die Leute, sie freuen sich, wenn es mal einen GBL-Stream gibt, dass ich zwischendurch noch unter Druck gesetzt werde, nebenbei, von den Leuten, die dann schreiben, wechsel, und ich dann, auf was denn, und dann ist es tot, und dann, ja, du hättest eher wechseln müssen, ja, auf was, ja, weiß ich auch nicht, ja, dann war's vorbei, also, dieses zwischendurch, und dieses Interagieren, ich meine, ist jetzt, ist jetzt nicht schlimm, dass ich mir das Team gemacht habe, es war günstig, wie gesagt, und, ich kann ja den Premier Cup trotzdem mal öfters spielen, mir öfters mal angucken, mir mal reinziehen, was da so geht, oder was da halt nicht geht, jetzt Gengar, gegen Gengar hab ich auch noch nie gekämpft, deswegen wieder keine Ahnung, was, mit was greift er an, was ist gut, was ist schlecht, was mach ich, was macht er, also es ist, wenn ihr die ganze Zeit, jeden Tag intensiv das zockt, und immer wieder auf die gleichen Pokémon trefft, und immer wieder die gleichen Attacken seht, und dann habt ihr ein Gefühl, und ihr wisst ganz genau, der kann das, und das, und das, und der macht das, und jenes, und hin und her, das passt, aber was ich hier mach, ich komm, wirklich von 0 auf 100 gehen, das, das, es funktioniert halt nicht, jetzt sei bitte tot, genau, lass mich mal mein Move mitnehmen, und sag mir mal, wer da jetzt reinkommt, es ist auch ein Glurak, okay, Glurak, Glurak hier, ich mach, den, würde aber, warum mach ich den eigentlich, hätte ich den einfach mir aufgehoben, für später, jetzt, wir wechseln mal aufs Sumpex, was natürlich nicht so effektiv ist, aber Aquahobbiz kann, was kann der, der kann nix, Glurak, 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 und der Weile wechselt wieder, dann will ich jetzt wieder Boden haben, oh, hätte ich mein, ja, dann, es erkennt nicht mal, dass man hier überhaupt Moves macht, aber warum auch, braucht man ja auch nicht, ja, Boden hat auch nicht geklappt, ach, komm, da können wir ja nochmal eine Aquahobbiz machen, denn bis Erdbeben wieder voll ist, bin ich eh schon tot, also kurz einmal Aquahobbiz noch, dass wenigstens noch ein bisschen Schaden gemacht wird, jetzt überraschen wir ihn natürlich mit dem Glurak, obwohl er bestimmt Move voll hat, und mich gleich umbringt, ich habe aber noch ein Schild, das werden wir jetzt auch nutzen, werden ihn umbringen, los, bringen ihn um, ich schaffe es nicht mehr, ich musste den Move machen, ich hätte ihn nicht mitnehmen können, glaube ich, ich wäre sicherlich umgefallen, mit zwei vollen Charge Moves, das wollen wir natürlich auch nicht, also, das war halt eh noch ein Schild übrig, unten, dann auch noch ein Move voll, ich habe meinen Bisaflor auch noch übrig, lässt mir die Haare vom Kopf gereisen, so Bisaflor, was geht ab, und jetzt hat er seinen Glurak, und jetzt kann er mich verbrennen, also er hat das gut raus, mit den Startern, und dem Wechseln, und den Kombinationen, und dem Hin und Her, ich habe es nicht gut raus, er macht einen Move, ich bin weg, eins von fünf gewonnen, vier verloren, also, Wee, Bisaflor, das war keine Meisterleistung, aber, so geht das Video nicht ganz so lange, 22 Minuten, und, ich hole jetzt hier meinen nutzlosen Sternenstaub ab, oh, jetzt hat es sich ja gelohnt, die 400 habe ich vorhin auch ausgegeben, als ich die Pokemon gepusht habe, und ich bin sogar noch ein Stück gestiegen, eigentlich würde ich sagen, mich hat es jetzt so gepackt, Am liebsten würde ich direkt jetzt noch ein Fünfer-Set spielen und es allen zeigen. Aber ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich so 14.30 Uhr spätestens da bin. Weil sie gesagt hat, ab 14 Uhr kann ich kommen. Und heute ist Muttertag, wie gesagt. Habe ich mal fix noch aufgenommen. Also ich denke mal, da ist Potenzial noch da. Nach oben ist Luft. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wieder eine Analyse machen. Was habe ich richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich gegen was nehmen können oder was bringt was? Wenn ich dieses Team jetzt öfters benutzen würde, welche Gegner ich gerade hatte, habt ihr gesehen? Wo hätte man sinnvoll einen Erstschlag platzieren können? Und habt ihr weitere Tipps? Und schreibt aber nochmal rein, welchen Rang ihr gerade seid oder mit welchen Pokémon ihr halt spielt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Mal ganz kurz gucken, ob noch ein Fünfer-Raid aufgeht. Eine Minute, das schaffe ich nicht, sonst hätte ich den nämlich auch noch mitgenommen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut. Euer Ramses. Jetzt habe ich den Titel vergessen. Sumpex ist einfach Sumpex. Fertig. Ne, das erste Mal Premier Cup. So muss es heißen. Tschüss.